Ich heiße Saskia Mena, bin 17 Jahre alt und arbeite seit dem 1.8.2019 in Markovic Wien. Weil mir das Praktikum sehr gut gefallen hat hier bei Markovic Wien und weil ich mit mir andere Leute weiter empfohlen habe. Dass ich mit Menschen zusammen arbeiten kann und auch viel lerne in dem Beruf. Also ich möchte einfach meine Ausbildung zu Ende machen und dann weiter gucken. Bis zum nächsten Mal.